Aufnahmeläufe Wollte grad sagen, Aufnahmestart Videobeweis Wer hat's verschießen Also ich ernenne somit hier den Cromwellt von Wüsten Fuch 5 Wusten Fuch 5 Ja Zum Kommandanten Von Wüsten Wir sind mal vorne von dem Lanz Und vor allem nach Das ist ein guter Plan Oh man Wo hat Staling grad ausgeschaut Da ist immer viel Schwarz-Weißer vorgeschaut Ja geil, weil früher war halt die Welt Schwarz-Weiß Schon fast so Südzwacke Ui, Südzwacke Und der wo dagegen gefahren hat das Video auch noch aufgenommen Da ist's nicht So peinlich Irgendein Dreckszaun Den Panzer abläuft Viel als hier Viel als hier Mhm Aber ich würde mich andersrum hinstellen Was machst du jetzt du? Nein, ich meinte eigentlich 90 Grad Was machst du jetzt du? Nein, ich meinte eigentlich 90 Grad Ein Luchs, ein Luchs, ein Luchs Ein Luchs, ein Luchs Oh, da wieder Arten Oh, da wieder Arten Oh, er auf den M6 könnte schwecken Das ist diese Straßenzüge da, wo wir mich durchschauen können Bei mir ist ein KV-1 Er meldet sich an auf Prügel Nein, ein Luchs Nein, ein Luchs Der M6 tut Ich hab den KV-1 auf die Kette geschossen Der M6 tut es dran Der M6 tut es dran Der M6 tut es dran KV-1 Der Bannergurk ist so süd Sehr schön Ok Bitte geh an Ich leg den KV-1 Ja, ich weiss was du meinst Ich leg den KV-1 ab, ok? Das war schlecht an Schönen, was hieß Bei unserer Flankung geht es nicht Der M6 Ich wollte jetzt eigentlich zu dem KV-2 Da Ich hatte eine Zange in Bewegung über rechts Alle Hände vor allem Das ist die beste Zange Das ist die schlechteste Verdammt, das ist ein KV-2 Aber das kann nicht gut wirken Vielleicht muss er was erzeugen, nicht? Boah, da ist noch einer Ich muss auch geachtet werden Mal schauen Da kommt eine zu Der KV-2 ist übel Der KV-2 ist übel Hat den Ah, der KV-2 guckt noch rum Ja, ja, ja M4, 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 M4 angreifen Nein! Uh, warte mal Fuck, jetzt hat er mich erwischt Schnell machen wir den fertig Den müssen wir fertig machen Der KV-2 kommt von hinten Ich würde vorwärts fahren Ich würde vorwärts fahren Die Sufa kommt unglaublich KV-2 von links, Chris Mhm Du bist weg Du bist weg Warte, Chris, ich drehe um Komm zurück, komm zurück, komm zurück Kraftfahrzeug Und fährt Der hat so lange Reload-Time, deswegen schweißt sich der auch jetzt gerade, gell? Ja, aber bis du da bist, hat er wieder Ja Er fährt Rechtsrum Ja Jetzt steht er dann Wo schaut denn er mit Turm? Ne, seh ich nicht Chris? Hm? Ich kann nicht auf mein Fahrzeug, äh, auf dein Fahrzeug wechseln Ich seh seinen Turm nicht Ah, okay, verstehe Achso, er schaut, er schaut, er schaut es zu dir, ja Guck, er wird ausgefügt Ja Kriege ich irgendeine Support, oder? Kommt jetzt nach Ja Noch nicht, aber es kommt einer Eventuell Ne, der TOG steht noch und vorher auf was anderes Ende jetzt, nein NOOOOO Das ist ganz terrorik Das war krass Das war nicht gut Tja Aber ist das, was das Problem war, dass der erste Schuss nicht durchgegangen ist, wie er mir die Dinge gezeigt hat, die Bodenplatte Ja, das ist bei mir auch schon so gewesen Ähm, Hellcat Geräusche Das war nicht, aber sie haben nicht Endes Ich verstehe Bis zum nächsten Mal